Das freundschaftliche Miteinander steht bei der Marinekameradschaft Prinz Eugen aus Bruck seit bald 50 Jahren an erster Stelle. Doch auch der soziale Gedanke ist fest im Verein verankert. Das wurde jetzt einmal mehr am Brucker Hauptplatz sichtbar. Wir sind der Meinung, dass man einfach etwas Gutes tun muss. Da haben wir uns einen klassen Partner gefunden, also den ÖZIV, der das mit uns macht. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir Menschen helfen können. Deshalb lud die Marinekameradschaft gemeinsam mit dem ÖZIV zur Benefizveranstaltung, wo sich auch die Triker und Biker in den Dienst der guten Sache stellten. Gegen eine kleine Spende konnten die Besucher eine Runde drehen. Wir machen mit der Marinekameradschaft zusammen dieses Projekt. Das zieht sich über drei Jahre raus. Wir probieren da 15.000 bis 16.000 Euro zu sammeln. Und werden da eine Dame unterstützen für Einsteckshilfe fürs Auto, was sie dringend benötigt. Die Stadt Bruck ist stolz auf ihre Marinekameradschaft, die fast 500 Mitglieder zählt und in Übelstein zu Hause ist. Und zwar ist es eigentlich ein Juwel unten am Hafen mit den Floßfahrten und eigentlich alles, was da unten angeboten wird. Heute ab 14 Uhr gibt es ja ein Hafenfest. Wir haben erst die Städtepartner hier gehabt, wo wir unten waren, wo wir Floßfahrten gemacht haben. Die waren total glücklich und erstaunt, was eigentlich Bruck hergibt. Im kommenden Jahr steht dann das dritte von drei gemeinsamen Benefizprojekten an. Dankeschön, auch meine Damen und Herren.